Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming und liebe Soundfreunde, mein Name ist Sirius und heute wollen wir einen Blick auf die True Wireless In-Ear-Kopfhörer von JBL, JBL, JBL werfen und zwar die 3X. So, wie man jetzt JBL, JBL, JBL von Harman Kardon ausspricht, könnt ihr mir jetzt gerne mal als erstes direkt in die Videokommentare schreiben, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht darum, dass wir uns Wireless In-Ear-Kopfhörer anschauen wollen und ich muss jetzt einfach mal direkt von Beginn an gestehen, ich war nie so ein riesiger Fan von True Wireless Kopfhörern. Also normalerweise kennt man das ja, wenn man andere In-Ears benutzt, die Bluetooth sind, dann haben die meistens noch irgendwie ein Kabel, dass diese beiden In-Ears miteinander verbunden sind. Normalerweise läuft das hinten über den Nacken, sodass wenn euch mal einer rausfallen sollte, beim Sport, beim Joggen, beim Fahrradfahren, wo auch immer, dass der dann halt irgendwie hier noch an diesem Kabel baumelt. Das ist jetzt hier nicht der Fall, deshalb war ich ein ganz kleines bisschen skeptisch und wir packen die ganzen Sachen erstmal aus. Die Katze war auf jeden Fall sehr interessiert am Karton und hat dann auch den Rest des Tages mit den Verpackungsmaterialien gespielt. Also vielen Dank dafür. Was ganz hübsch ist, was sofort auffällt, die weiße Farbe, ich fand, das ist so ein typisches Apple-Design, gibt es aber auch in schwarz, je nachdem, wie euch das Ganze besser gefällt. Ich fand die weißen aber jetzt hier eigentlich hübsch und schick. Ja, was sofort auffällt, wenn man die Box öffnet, ist eben dieses Transport- und Ladecase, ist so der erste Blickfang. Darauf werde ich sicherlich nochmal häufiger im Video zu sprechen bekommen. Ansonsten ist das übliche Verdächtige dabei. Also es fängt halt an mit einer kleinen Bedienungsanleitung, mit diesen Warranty, mit diesen Guaranty-Guides, die Free selber. Wie gesagt, wirklich hübsch anzuschauen. Ich hoffe, das kommt im Video genauso gut rüber, wie sie in echt aussehen. Im Allgemeinen ist der Lieferumfang der Free X als wirklich sehr gut zu bezeichnen. Also das machen andere Hersteller deutlich schlechter. Typisches orangenes JBL, JBL, GBL habt ihr euch da mittlerweile immer entschieden. Kabel ist halt eben dabei das Einzige, was ich immer wieder bei sowas vermisse. Wie wäre es denn mal mit einem Stecker direkt für die Steckdose? Ansonsten wirklich auf den ersten Blick schön anzuschauen, schick anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das Transportcase sonst schwarz ist, wenn ihr die schwarzen In-Ears besitzt. Falls das einer von euch hat, kann er das ja gerne mal in die Kommentare posten. Man kann auch so sehen, die sind halt beleuchtet. Also es gibt halt auch ein optisches Feedback. Ansonsten ist noch eine große Auswahl an Silikonpfropfen, Ohrstopfen, wie sagt man dazu, mit dabei, die ihr eben auf die In-Ears aufsetzen könnt, so dass sich das an euer persönliches Ohr, an euren persönlichen Gehörgang am besten anpasst. Also auch da ist der Lieferumfang sehr gut. So sieht das Ganze also aus, wenn wir das mit auf Reisen nehmen wollen. Also diese Lade-Akku-Box ist schon im Lieferumfang enthalten und das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Da gibt es den Daumen hoch für. Bei anderen Marken muss man die teilweise teuer hinzukaufen. Darüber hinaus ist das Ganze magnetisch. Also wenn man das hier so reinsetzt, dann flippen die In-Ears sofort hinein. Ihr habt eine Ladeanzeige, die euch über den Füllstatus informiert. Das ist richtig gut gemacht. Von der Größe auch angenehm. Passt in die Hosentasche, passt in jeden Rucksack rein. Ist irgendwie stabil, solide. Finde ich, ist eine gute Lösung auf jeden Fall. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist mit der Akkulaufzeit. Beworben werden halt häufig ganz gerne mal im Internet so 20 Stunden. In der Tat ist es aber, dass die In-Ears selber so um die vier Stunden halten, wenn ihr das bei voller Lautstärke laufen lässt. Ich finde, das ist trotzdem ein ziemlich ordentlicher Wert. Also nehmen wir mal an, ihr tragt die beispielsweise im Fitnessstudio, bei einer Fahrradtour oder wo auch immer. Also vier Stunden Dauerbeschallung. Wenn man es nicht voll laut macht, kommt man vielleicht auch auf viereinhalb Stunden. Ich denke, das passt richtig gut. Was ganz gut gelöst ist, ist die Schnellladefunktion. Bedeutet ganz einfach, in dem Moment, wo ihr die In-Ears in die Ladebox steckt, braucht ihr ungefähr 15 Minuten, um wieder eine Stunde in etwa Musik hören zu können. Also wenn ihr wisst, ich gehe nachher aufs Laufband und da ist es besonders langweilig im Fitnessstudio, dann könnt ihr die vorher eine Viertelstunde lang hier drin parken. Dann habt ihr auf jeden Fall eine Stunde Saft zum Beispiel fürs Cardiotraining. Also insofern ihr halt Sport macht. Mein Fazit zu den In-Ears fällt halt so positiv auf, weil sie in meinen Ohren, und da möchte ich extra nochmal darauf hinweisen, in meinen Ohren richtig, richtig gut sitzen. Besser als andere Modelle, die ich besitze, die dann Kabel gebunden sind, also die hinten noch ein Kabel haben oder teilweise auch die mit Kabel direkt dann ans Smartphone gehen oder wo ihr auch immer eure Musik abspielt. Ich finde, sie liegen sehr, sehr gut im Ohr, liegen auch flacher im Ohr als die anderen Stöpsel, die ich sonst habe. Normalerweise stehen die immer ein bisschen weiter raus. Gibt die Modelle, wie gesagt, in weiß und in schwarz. Das ist dann immer so ein bisschen Geschmackssache. Und Überraschung, sie fallen halt nicht raus. Also egal, was ich mache, bei mir sitzen die relativ gut. Dafür sind ja auch eben diese ganzen Ohrstöpsel mit dabei, also diese ganzen gummierten Ohrstöpsel, dass ihr die eben nochmal von der Größe je nachdem anpassen könnt. Warum die jetzt so gut sitzen, kann ich gar nicht sagen. Also das ist ein ganz normales Prinzip. Ich stecke mir die mal ins Ohr, lege die so ein bisschen in die Ohrmuschel hinein und das passt auf jeden Fall zu 100%. Ich bin halt zunächst wirklich davon ausgegangen, dass gerade, wenn ich jetzt irgendwas mache, wie Fahrtfahren nach unten oder wenn ich mit dem Hund laufe, ein bisschen durch den Wald und ist ein bisschen holprig und so, dass es dann immer anfängt zu ruckeln. Und ich kannte das von anderen Kopfhörern, dass ich wirklich ständig hier dann so am Nachfummeln bin, dass sie sitzen müssen oder nehmen wir mal an, ihr seid jetzt im Fitnessstudio, legt euch auf die Flachbank und plump, fallen euch die Penüppel hinten raus. Das soll natürlich nicht so sein. Und da kann ich jetzt aus meiner Sicht, bei meinen Ohren, kann ich da sehr beruhigen. Also das passte sehr gut und es sind halt genügend andere Gummischalen mit dabei, mit denen ihr die Größe für euer Ohr anpassen könnt. Ein weiterer Punkt, den man ansprechen sollte, ist auf jeden Fall die Bedienbarkeit der In-Ears, da wir diesmal hier keine Kabelfernbedienung haben, wie man das sonst kennt. Also entweder steuert ihr den Sound auf euren Ohren direkt über Smartphone oder ihr habt halt wahlweise eben hier Play und Pause, indem ihr auf den rechten drückt. Oh, jetzt habe ich mir hier einen Sound angemacht. Oder ihr könnt hier einen Track vor und einen Track zurückspringen. Drückt ihr einmal auf den linken Knopf, springt der Track halt nach vorne, drückt ihr zweimal schnell auf den Knopf, springt der Track halt ein nach hinten. Das ist vom Druck also auch noch ganz angenehm. Es ist jetzt nicht so, dass man sich die in die Ohren drücken muss, sondern das ist so ein leichter Klick, den das macht und das geht halt vollkommen okay. Also man kann die wirklich bedienen, während sie in den Ohren sitzen. Sprechen, Talken könnt ihr auch, indem ihr nur den Rechten benutzt. Ihr könnt damit auch Telefonate annehmen und telefonieren. In so einem leeren Raum wie jetzt, wenn ihr jetzt zu Hause beispielsweise im Wohnzimmer sitzt, in einer leisen Umgebung sitzt, dann ist das irgendwie okay, weil das Mikrofon von innen ihr sitzt natürlich hier und nicht am Mund, also in Sprachnähe. Das heißt, in einem leeren Raum kann man das durchaus nutzen. Ich bin aber kein riesen Fan von. Ich sage jetzt mal, wenn ihr am Fahrrad draußen unterwegs seid und es ist ein bisschen windig, dann ist das schon eher anstrengend, das zu verstehen. Aber auf jeden Fall geht es. Dafür müsst ihr dann den rechten benutzen, weil das ist quasi der Hauptkonnektor. Also rechts rein und dann könnt ihr das quasi auch wie ein Bluetooth-Headset theoretisch benutzen. Last but not least, bei solchen In-Ear-Kopfhörern kommt es natürlich hauptsächlich auf den Klang an. Und da könnte man jetzt sagen, egal wie gut die sitzen, egal wie schnell man die platziert hat, egal wie lang die Akkulaufzeit ist, wenn der Sound nicht stimmt, dann stimmt es auch mit den In-Ears nicht. Also wie ist das also mit den Free-X? Die Free-X haben auf jeden Fall eine sehr klare Wiedergabe des Sounds und eine sehr laute Wiedergabe des Sounds. Also sie sind wirklich überraschend laut. Habe ich so bei anderen In-Ears noch nicht gehabt. Also gerade ich habe auch so Noise-Canceling-In-Ears, die dann wieder kabelgebunden sind, die extrem leise sind, wo das Noise-Canceling das dann wieder ausbessern muss. Die Free sind wirklich richtig laut. Für die Lautstärke gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Was die Free nicht sind, sie sind nicht besonders basslastig. Also es geht durchaus okay, um Musik zu hören, aber ich bevorzuge das wirklich, wenn ich jetzt beispielsweise über Smartphone Musik höre, dass ich dann ganz einfach in die Equalizer-Einstellung gehe, dort auf Musik, Equalizer und mir dort den Sound noch separat einstelle. Ich muss mal eben Rage Against the Machine muten, sonst wird mir das hier zu laut auf den Ohren. Ich habe dann halt häufig, wenn ich Musik höre, einfach eben die Profile so ein bisschen durchgeschaltet. Es hilft generell, wenn man die Höhen ganz klein ein bisschen zurücknehmen, dass sich das so ein bisschen mehr einpegelt, dass die besser auch ein ordentliches Volumen haben. Und es gibt natürlich auch immer Settings, wo wir ein bisschen mehr Bass geben können. Also das kann der ein oder andere Kopfhörer sicherlich besser. Dafür sind sie aber eben wesentlich kleiner, wesentlich unauffälliger. Und ich finde, der Sound ist halt auch für den Preis immer noch richtig, richtig gut. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, das ist natürlich aber auch ein sehr spezieller Bereich. Also ich persönlich höre auch wirklich viele Hörbücher. Fürs Hörbuch hören ist der Klang wirklich on point. Ja, also wenn ihr jetzt nicht so ein basslastiges Gewummer haben wollt, sondern der Klang der Stimme eures Vorlesers, bei mir an der Stelle David Nathan momentan, was ich höre, ist wirklich richtig, richtig toll. Also dafür muss ich sagen, sind sie überaus gut geeignet. Ja, kommen wir zu einem endgültigen Fazit. Aktueller Straßenpreis von den Free liegt so ungefähr bei 120 Euro. Das ist jetzt wirklich kein günstiger Einsteigerpreis, wo man sagt, das probiere ich mal. Aber dafür bekommt man eben, wie ich finde, hochwertige Kopfhörer, gute Verarbeitung, sehr guter Sitz, sehr gute Lösung mit diesem Akkucase. Wie gesagt, bei anderen Firmen teilweise aufpreislich nur erhältlich. Ganze System ist richtig gut durchdacht. Ihr bekommt ein ganz klein bisschen weniger Bass, ansonsten aber einen sehr klaren Sound auf die Ohren mit einer ordentlichen Lautstärke. Also für die Free gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich finde sie absolut empfehlenswert, gerade in dem Bereich, wenn ihr nochmal gerne Hörbücher hört. Passen sie ordentlich und richtig gut rein. Pro-Tipp nochmal von mir, oder wie gesagt, In-Ears sind immer nur für euch so gut, wie sie in euren Ohren sitzen. In meinem Fall hat das wirklich richtig gut gepasst. Also irgendwas 9 von 10, 10 von 10 Punkten, kürze ich immer so krass an, aber sie haben wirklich richtig gut gepasst. Wenn ihr die Möglichkeit habt und irgendjemand aus dem Freundeskreis hat halt solche In-Ears, dann probiert die halt mal aus. Denn es gibt nichts Schlimmeres als In-Ears, die ihr einsetzt und die ihr beim Laufen verliert. Ich hoffe, das Video hat euch ein ganz klein bisschen geholfen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder schreibt irgendwas in die Kommentare, je nachdem wie ihr mögt. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und haut rein! Bis zum nächsten Mal!